Aber, daraus wurde nichts und der, der geht einfach zur Tagesordnung über. Ohne sich lange aufzuhalten, hier in Berlin will ich unsterblich werden, hat er gesagt. Große Worte und denen sind heute Abend schon große Taten gefolgt. Jetzt noch das Sahnehäubchen, das I-Tüpfelchen. Hau ihn raus, Robert! Hau ihn raus! Hau ihn raus! Das ist raus! Wahnsinn! Ein Wahnsinnswurf! Der Sechste von Harting, das muss die Führung sein. Sensationelles Ding von Robert Harting. Reicht der? Ist der weiter? Ja! Jawohl! Was für ein Kracher! Was für ein Ding! Robert Harting macht das Olympiastadion zum Tollhaus! Es ist noch nicht vorbei! Es ist noch nicht vorbei! Doch, es ist vorbei! Das ist ein Wahnsinnswurf! Der Typ ist ja unglaublich! Junge, ist das ein Wettkampf! Und der Robert muss jetzt auf den Fjotr noch warten. Weltmeister oder was? Lässt der sich jetzt beeindrucken? Die selbstsicheren Augen sind verflogen. Jetzt muss er zeigen, ob er seinem wirklich grandiosen Wettkampf noch einen edlen Wurf draufsetzen kann. Oh, der ist auch nicht schlecht! Der ist auch nicht schlecht! Jung ist das sein Ding! Aber Harting ist Weltmeister! Er glaubt's noch nicht! Er glaubt's noch nicht! Er glaubt's noch nicht! Und das trinkt auf! Das muss gleich dran glauben! Jetzt hat er es! Goll für Robert Harting! Ja, späte Einsicht ist auch eine Einsicht! Jetzt den Pflaster über den Mund! Endlich mal keine Sprüche! Redet ist Silber! Werfen ist Gold, haben wir vorher gesagt! Wahnsinn! Und der lässt sich nicht umhauen vom Berlino! Der hebt den einfach mal schlockig in den Himmel! Und der lässt sich nicht umhauen vom Berlino! Also, Steffi Nerius gestern Abend, das war schon der Hammer! Das heute Abend war der Discos! Der von Robert Harting und der krempelt jetzt hier die Stadt um! Da können Sie sicher sein! Seine Stadt! Die von Robert Harting! Der war relativ großspurig vorher! Aber wenn man dann so auftrumpft, dann kann man sagen, alles richtig gemacht! Da setzt ihm der Malachowski ein Ding vor, an dem er sich fünf Durchgänge lang abarbeitet! Und dann hat er tatsächlich die Nerven, noch einen drauf zu ballern! Und ich denke mal, in diesem Fall irrt sich auch ein fünfmaliger Weltmeister Lars Riedl ganz gerne! Ja, das ist so knapp! Ja, das ist so knapp! Und ich denke mal, es war so ein paar Malachowski! Applaus Also es gibt so Momente Die bleiben dann doch haften Und den Abend wird er sicher nie vergessen Robert Harting Nach Silber vor zwei Jahren Haut er jetzt hier einen raus Vom allerfeinsten Es gibt noch ein Finale Gleich 800 Meter der Frauen Die Zeit